Bion Katilatu ist am Freitag bei Let's Dance rausgeflogen, sehr zur Freude von Oliver Pocher. Freitagabend mussten gleich zwei Paare Let's Dance verlassen. Neben Sophia Thiel, 29, traf es Bion Katilatu, 39. Der Motivations-Coach war sichtlich geknickt nach der Verkündung. Doch Mitleid gab es von seinem Erzfeind Oliver Pocher, 46, nicht. Oliver Pocher schießt gegen Bion Katilatu. Wir erinnern uns, nach der Trennung von Oliver und Amira Pocher, 31, kamen Gerüchte auf, dass zwischen ihr und Bion etwas gelaufen ist. Seitdem ist der Comedian gar nicht mehr gut auf Amira angebliche Affäre zu sprechen. Immer wieder schießt er gegen den Glück-Guru, parodiert ihn sogar in seinen Schoß. Nach dem Let's Dance aus von Bion schrieb Uli schadenfroh in seiner Instagram-Story, Endlich mal gute Nachrichten. Außerdem veröffentlichte er einen kurzen Clip von Bion beim Exklusiv-Interview nach dem Rauswurf aus dem Studio. Wie fies! Und Bion, der ignorierte Uli's Seitenhieb und bedankte sich stattdessen bei seinen Fans für die ganze Unterstützung in den letzten Wochen. Es war eine unfassbar schöne Reise, die mein Leben sehr bereichert hat. So viele Emotionen, so viele Höhen und Tiefen, wie beim Heben und Senken im Walzer, so viele tolle Menschen, die ich kennenlernen durfte. Und das alles mit und durch euch, schrieb er in einem emotionalen Abschiedspost auf Instagram. Vor allem seine Tanzpartnerin Martha Arndt, 34, ist ihm ans Herz gewachsen. Ich bin so dankbar, dass Martha an meiner Seite war bei dieser Reise. Sie ist ein wundervoller Mensch. Ich hätte mir niemand Besseren an meiner Seite vorstellen können.